Hallo Leute, das ist noch hier, schaut mal, Entchen, die hier schon sitzen und die hier kommen und alle schnabbeln so, und die Federeien, wahrscheinlich können sie sich alle erwärmen auf die Weise. Und das sind hier die Gänse. Und da vorne sind noch die Schwäne, die schwimmen. Und das wollten wir euch, ja, hallo. Schau mal, das sind die beiden Schwäne, die sind stolz schwimmen. Das ist die Natur pur. Okay, Leute, tschüss.